Herzkrankheiten Vorhofflimmern ist die häufigste Art von Herzrhythmusstörungen. Schätzungen zufolge sind rund ein Prozent der Deutschen betroffen. Doch viele wissen nichts von ihrer Erkrankung. Dabei zählt das Flimmern zu den Hauptrisiken für einen Schlaganfall. Lesen Sie hier, wie die Rhythmusstörung entsteht, welche die Warnzeichen sind und warum sie so gefährlich ist. Vorhofflimmern entsteht, wenn sich die Herzvorhilfe aufgrund der fehlerhaften Ausbreitung der Herzströme nicht mehr richtig zusammenziehen, sondern nur noch unkoordiniert zucken. Im Normalzustand schlägt ihr das Herz rund 70 Mal in der Minute, beim Flimmern der Vorhilfe kann die Herzschlagfolge auf bis zu 150 Schläge pro Minute steigen. Das belastet nicht nur den Herzmuskel, sondern schränkt wegen der reduzierten Pumpleistung auch die Leistungsfähigkeit des Betroffenen ein. Im Gegensatz zu dem wesentlich selteneren Kammerflimmern, ist Vorhofflimmern nicht sofort tödlich. Allerdings bilden sich in den Herzvorhilfen leicht Gerinnsel, die in die Blutbahn und schließlich ins Gehirn wandern können. Verstopfen Sie dort ein Blutgefäß, lösen Sie einen Schlaganfall aus. Etwa 15 Prozent der Schlaganfälle sind auf Vorhofflimmern zurückzuführen. Auch eine Herzschwäche kann durch Vorhofflimmern ausgelöst werden. Typische Anzeichen eines Vorhofflimmers sind ein unregelmäßiger Puls, Herzrasen, Atemnot und Angstgefühl. Auch Herzstolpern, Schwindel sowie ein starker Leistungsabfall sind Warnzeichen, die man ernst nehmen sollte. Wird die Krankheit früh erkannt, lässt sich nicht nur die Lebensqualität der Betroffenen verbessern, auch das Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden, wird gesenkt. Allerdings bleiben einige Betroffene auch völlig symptomfrei, sodass das Flimmern unerkannt bleibt. Mediziner raten deshalb zu regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen. Zudem sollte jeder regelmäßig seinen Blutdruck und Puls kontrollieren. Die Ursachen für Vorhofflimmern sind vielfältig. Die überwiegende Zahl der Betroffenen leidet bereits an einer Herzkrankheit. Dazu gehören vor allem kranke Herzkranzgefäße, Herzklappenfehler und Herzmuskelerkrankungen. Etwa ein Drittel der Patienten hat zu hohen Blutdruck. Auslöser kann auch die Überfunktion der Schilddrüse sein. Risikofaktoren sind zudem Diabetes und Übergewicht. Die Therapie kann deshalb nur gelingen, wenn die Grunderkrankungen behandelt werden. Tritt als Folge des Vorhofflimmerns ein Schlaganfall auf, ist dies immer ein Notfall, bei dem sofort gehandelt werden muss. Die typischen Anzeichen sind plötzlich auftretende Seh- oder Sprachstörungen. Auch Lähmungen auf einer Körperseite und Taubheitsgefühle sowie heftiger Kopfschmerz können auftreten. Testen Sie hier Ihr Herzinfarktrisiko. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion. E. I. J. R.